Tag 9 hier in Cannes. Hier an der Strandpromenade muss man immer aufpassen, ob man nicht irgendwelchen Stars entgegenkommt, wie eben Stephen Baldwin. Und wenn da eben fotografiert wird oder Autogramme gegeben werden, dann ist das schon mal ein heißes Zeichen dafür und dann wird dann mal sicherheitshalber mitgefilmt. So wie diese Damen hier eben. Also es dürfte eine Sängerin sein. Wer genau, ist mir jetzt auch nicht bekannt. Also falls da jemand die Antwort weiß, können wir sie einschicken, gibt es einen Sonderpreis dafür. Und jetzt gibt es noch ein paar Bilder vom Roten Teppich, von Fair Game, von Dagmina. Also es gibt einen Sonderpreis. Und jetzt kommt die Säge. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020